Hey Leute, heute zeige ich euch, wie man ganz einfach eine stylische Handyhülle machen kann. Die Handyhülle ist ganz einfach zu machen und geht schnell und es ist auch sehr praktisch, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, sich ein neues Handy bestellt hat, aber noch keine Hülle hat und das Handy muss ja irgendwie geschützt sein, weil es wäre ja dumm, wenn der Kratzer am Anfang reinkommt oder so. Also ich zeige euch jetzt, wie es geht. Es ist ganz einfach und ja. Zuerst nimmt man Luftballon. Das ist eigentlich alles, was man dazu braucht. Den bläst man auf. So, das reicht. Dann nimmt man das Handy, also nehmt euer Handy und drückt es hier oben drauf. Den Luftballon, wie ihr gesehen habt, den habe ich nicht zugeknotet. Lass jetzt langsam Luft raus und drückt das Handy da drauf. So, das Ganze müsst ihr dann natürlich noch ein bisschen zurechtrücken an die Seiten. Und ja, dann ist euer Handy erstmal ein bisschen geschützt, wenn ihr ein neues Handy habt. Also, falls euch der Trick gefallen hat, dann könnt ihr den natürlich nachmachen, in verschiedenen Farben und so. Kann man alles ausprobieren. Und ja, und falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann ist hier einmal ein Video, wie man ganz einfach ne Fackel selber basteln kann. Und hier noch ein Video, wie man so Kugeln machen kann aus Wasser. Also Wasserkugeln sozusagen, die so glibbrig sind. Und ja, euch kann es nicht gut erklären. Schaut es euch einfach an. Macht Spaß nachzumachen und ist was Cooles. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.